Ich war leise bis dato, aber was habt ihr Schweine erwartet? Ein Hai mit diesen Maschen passt nicht in ein kleines Aquario. Meine Frage sagt mir, glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich die Fixer rappen, noch wenn sie keine Gage kriegen? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Komm, gehst du's erst, wenn sie alle tot in einem Graben liegen? Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr die Railgun in den Online-Modus bekommen könnt. Das ist extrem einfach, der ganze Glitch. Und bevor ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert, ihr seht ja schon mal hier so ein paar gemoddete Autos bei mir in der Garage. Und das Ganze funktioniert auch auf dem PC, beziehungsweise funktioniert nur auf dem PC. Die Links dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, falls ihr auch so gemoddete Fahrzeuge in eurer Garage haben möchtet. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal die Videos anschauen und dann habt ihr das natürlich auch auf dem PC. Aber hier für diese Railgun, da braucht ihr einfach nur den Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung markiert habe. Das Ganze funktioniert leider nur auf dem PC, weil die ganzen Jobs, die auf der PS4 oder auf der Xbox One funktionieren, oder wo es da gibt, die freezen das Spiel jedes Mal ein, beziehungsweise bringen das Spiel zum Absturz. Deswegen kann ich euch den Job leider nur für den PC vorstellen. Es tut mir natürlich leid, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall irgendwann mal wieder ein Glitch kommen, wo auch nur auf der PS4 funktioniert. Das zeigt mir deswegen nicht böse, ich kann leider nichts dafür. Aber was ihr dazu machen müsst, ist auf jeden Fall erstmal den Job und in der Videobeschreibung markieren. Denn der Faune von dem Glitch und auch der Job erstelle war auf jeden Fall GameNileo. Den Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, ist auf jeden Fall ein korrekter Typ. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, ist auf jeden Fall korrekt. So, ihr müsst einfach nur den Job starten und lädt dazu irgendwelche Leute dazu ein. Ihr könnt es natürlich mit euren Freunden machen, dann ist das Ganze jetzt ziemlich chillig. Oder ihr macht es mit Randoms, dann müsst ihr euch vielleicht ein bisschen beeilen, weil die wissen gar nicht, was los ist und bringen euch vielleicht die ganze Zeit um. Aber ihr seht ja gleich, sobald der Job gestartet ist, dass es wirklich super einfach ist. Und wenn ihr das mit Fremden macht, dass dort euch großartig gar nichts passieren kann. So, sobald der Job dann gestartet ist, seht ihr schon das Gitter und außerhalb von dem Gitter sind die ganzen Railguns. Das heißt, ihr müsst einfach nur außerhalb von dem Gitter rennen und einfach nur an den Railguns vorbeilaufen, damit ihr die einsammelt. Und wenn ihr das mit Fremden spielt, würde ich euch natürlich empfehlen, schneller zu sein als der andere, damit er euch da nicht abfacken kann oder sonst irgendwas, was euch das Ganze vermiesen kann. So, sobald ihr dann die ganzen Waffen eingesammelt habt, dann müsst ihr einfach nur den Job beenden oder ihr macht es so wie der komische Frandom da. Ihr sammelt da die Fahnen ein und beendet diesen Job. Spielt auch gar keine Rolle, wie ihr den beendet, ob ihr das Ganze mal per Jobmenü macht oder ob ihr einfach nur den Job ganz normal zu Ende spielt. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den ganzen Job immer ganz normal zu beenden. So, sobald der Job dann beendet ist, müsst ihr einfach nur wieder zurück in den freien Modus gehen und wenn ihr dann dort wieder gespawnt seid, seht ihr ja schon, habt ihr diese Railgun im freien Modus und könnt diese natürlich auch nutzen. Und wenn euch dann mal die Munition ausgeht oder gehen sollte, dann müsst ihr einfach den Job von vorne spielen und euch die ganze Munition wiederholen und dann habt ihr auf jeden Fall wieder genug Munition für die nächste Session. Der einzige Nachteil an dem ganzen Glitch, die Waffe wird nicht gespeichert. Das heißt, sobald ihr die Lobby wechselt, dann ist die Waffe natürlich auch weg. Das heißt, die Waffe, die könnt ihr nicht in irgendeine neue Lobby oder in einen Job mitnehmen, sondern die verschwindet, sobald ihr die Sitzung wechselt. Aber wenn ihr stirbt, ist es überhaupt gar kein Problem. Ihr habt dann weiterhin die Waffe und könnt sie auch so lange nutzen, bis ihr halt entweder keine Munition mehr habt oder sobald ihr halt eine neue Sitzung findet. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde mich natürlich tierisch über einen Like freuen und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Und wer bis jetzt immer noch zugeschaut hat, der soll einfach mal Hashtag Ehrenmann in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, wer von den ganzen Zuschauern wirklich mein Video oder meine Videos wirklich bis zum Schluss anschauen. Also Jungs, haut's rein, euer Zeddy.